Kopieren ist ein total mächtiges Tool, um am Ende sein eigenes Ding dann rauszubekommen. Dann hat man irgendwie einen Referenz-Track oder eine Inspiration, an die man versucht irgendwie nachzubauen und dann landet man aber, während man das macht, landet man wo ganz woanders. Das war ja was du vorhin gesagt hast und du hast es irgendwie so gesagt, als sei das was Schlechtes. Ich finde, das ist ja eigentlich der beste Grund überhaupt, Sachen nachzubauen. Deswegen bin ich ja immer so ein großer Verfechter von kopiert ruhig andere Tracks, die euch irgendwie inspirieren. Weil man fängt dann an und baut den Track nach und ihr habt nicht dieselben Tools, ihr habt nicht dieselbe Denkweise, ihr habt nicht dieselbe Inspiration, ihr habt nicht dieselben Samples und so weiter. Das heißt, es führt unweigerlich dazu, dass ihr irgendwie euer eigenes Ding daraus macht und genau das ist das, was wir am Ende wollen. Kopieren ist ein total mächtiges Tool, um am Ende sein eigenes Ding am Ende daraus zu bekommen. Und selbst wenn ihr euch anstrengt und so gut wie möglich versucht, das eins zu eins nachzubauen, das geht ja gar nicht. Und das ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, das ist das, was ihr eigentlich wollt. Ihr wollt ja dann am Ende euer eigenes Ding daraus machen und dann ist es mega geil. Versucht nicht absichtlich, das nicht zu kopieren. Also sagt nicht, okay, ich kopiere jetzt diesen Track als Übung, aber mach eigentlich, während ich den kopiere, alles anders. Also sagt dann, ja okay, die Baseline mach ich jetzt schon mal direkt anders. Und ja, und die Enzynti mach ich jetzt auch schon mal direkt anders. Versucht's so genau wie möglich nachzubauen und automatisch wird's euer eigenes. Und automatisch wird's anders. Aber es ist dann nah genug an dem Referenzding dran, dass es immer noch richtig ist irgendwie. Also bei Tanzmusik funktioniert so irgendwie. Und das ist ja das, was ihr eigentlich wollt und das, was auch viele gerade am Anfang irgendwie ein bisschen Probleme haben, wo sie merken so, ja irgendwie hab ich jetzt dann Stunden an dem Track gearbeitet, aber der funktioniert irgendwie nicht. Ja, dann hast du dich zu weit entfernt von dem, was irgendwie normal ist irgendwie. Und das funktioniert viel leichter, sich zu weit davon zu entfernen, als irgendwie in diesem Rahmen irgendwie drin zu bleiben.